Hallo, ich bin Joshua und ich bin Martin von der Stadtjugendpflege Goslar. In vier kleinen Filmen wollen wir euch zeigen, wie Jugendbeteiligung in Goslar gelingen kann. Ihr seid eine Gruppe junger Menschen aus Goslar und wollt in eurer Stadt was verändern? Dann seid ihr bei uns genau richtig. Mit der Wahl des Rates der Stadt Goslar werden Fachausschüsse, wie der Ausschuss für Bildung, Familie und Soziales gebildet, die gewählten Fraktionen besetzen die Anzahl der Sitze, wie sie im Rat vertreten sind. In den Ausschusssitzungen werden Themen wie zum Beispiel die Grundschulen, die Jugendarbeit, Spielplätze und Jugendorte besprochen und darüber abgestimmt. Anhand der Sitzverteilung des Ausschusses setzt sich der Kinder- und Jugendausschuss aus jungen Mitgliedern bis 18 Jahre der Jugendorganisation der Parteien zusammen. Wir von der Jugendpflege unterstützen euch gerne bei euren Sitzungen und schulen euch in politischen Themen. Eine gewählte Vertretung vertritt mit Wortbeiträgen die Meinung des Kinder- und Jugendausschusses im Ausschuss für Bildung, Familie und Soziales. Stimmrecht haben hierbei nur die gewählten Vertreterinnen und Vertreter des Ausschusses. Habt ihr Lust, euch für eure Stadt einzusetzen? Bringt mit uns den Stein für mehr Jugendbeteiligung in Goslar hinzurollen und stimmt ab für eure Jugendbeteiligungsform. Wann und wo? Am 5. September in der Zeit von 10 bis 17 Uhr sind wir vor dem ehemaligen Standesamt in der Rosentorstraße in Goslar, auf dem André-Mouton-Platz vor der Begegnungsstätte in Oka und auf dem Marktplatz in Fienburg zu finden. Nicht vergessen, bringt euren Stein zur Abgabe eurer Stimme mit. Tschüss! Tschüss!